Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Kaffeevollautomaten entkalten können. Öffnen Sie zuerst das Service-Menü und geben Sie das Passwort ein. Gehen Sie dann zu den Wartungseinstellungen und wählen Sie Entkalten. Geben Sie jetzt den Entkalker in den Tank. Schließen Sie dann wieder den Tankdeckel. Starten Sie dann den Entkalkungsmodus. Das Gerät führt jetzt das Entkalten durch. Dies kann auch einige Minuten dauern. Nach erfolgtem Entkalken kehrt das Gerät in den Normalbetrieb zurück. Bitte beachten Sie, dass immer ein externer Entkalker oder Wasserfilter vorgeschaltet werden sollte. Erinnerung bei einer Untertitelung des ZDF für funk, 2017